Ja, heute wohl ein ziemlich heikles Thema, aber viele haben schon darauf gewartet, ein Rohkost-Video von mir. Und ich werde hier natürlich zeigen, dass Rohkost ungesund ist und dass man keine Rohkost machen sollte, weil das mal das ist, was die Wissenschaft zeigt. Ich erzähle nicht meine Meinung, sondern meine Meinung hat eigentlich gar nichts zu interessieren. Das, was interessiert, ist Wissenschaft. Deswegen ernähre ich mich vegan, weil das laut Wissenschaft die gesündeste Ernährung ist. Und immer, wenn ich auf Rohkost angesprochen werde, sage ich den Menschen, was die Wissenschaft über Rohkost sagt. Und die sagt natürlich, dass Rohkost ungesund ist. Deswegen hier ein Video. Es tut mir natürlich leid für die Menschen, die vegane Rohkost-Ernährung machen. Es tut mir leid, aber da darf man halt keine Snowflake sein und sich von Emotionen leiten lassen. Ob dir das nicht gefällt, was die Wissenschaft zeigt, da muss man einfach drüber stehen und sagen, okay, das zeigt die Wissenschaft, dann ist das so und du kannst ja machen, was du willst. Hauptsache, du bist vegan, das ist das Allerwichtigste. Ob du dann deine Gesundheit irgendwie ruinierst oder nur noch irgendwie Gurken isst und damit deine Gesundheit ruinierst, was auch immer, das ist dir überlassen. Aber es muss gesagt werden, was gesagt werden muss. Und ich werde natürlich immer wieder darauf angesprochen, ja, aber irgendein ist veganer Rohkost nicht das Beste. Und sollte man das nicht machen und das ist doch die natürlichste Ernährung. Und so, ihr kennt. Ich werde hier ein paar Videos verlinken, übers Kochen zum Beispiel, warum man kochen sollte. Über Gemüse. Mein Anti-Gemüse-Video schon fast, könnte man sagen. Und deswegen, hier Leute, mein Rohkost-Video. Ich habe hier Wissenschaft vorbereitet. Vor allem werden wir natürlich über die, ja, wahrscheinlich größte Studie sprechen. Die Gießener Rohkost-Studie, die hat sich halt Rohkostler angeguckt und die wurde tatsächlich in Deutschland gemacht. Auch hier noch so eine Sache, ne. Viele Leute sagen, ja, Eugen, die Wissenschaft kann ich eh nicht lesen, verstehe ich nicht und alles. Hier ist ganz, alles ganz deutlich auf Deutsch, ne, weil deutsche Professoren, deutsche Universität in Deutschland gemacht, an deutschen Menschen. Deswegen, ja, könnt ihr euch das hier angucken. Ich werde es euch natürlich unten verlinken. Was ich noch vorher sagen wollte, genau. Das mit dem, das ist, kochen ist unnatürlich und pipapo, diese ganzen Geschichten. Es gibt, ich kann leider das Video nicht finden oder die Wissenschaft auch dazu nicht finden, die Dr. Greger mal gezeigt hat. Der hat mal irgendwo gezeigt, ne, die größten Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit. Und eine der größten Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit, gibt es irgendwie drei oder fünf Stück. Eine davon ist die Entdeckung des Feuers. Das ist die, eine der vielleicht sogar die größte Errungenschaft in der Geschichte der Menschheit. Ne, und die hat dazu geführt, dass der Mensch kochen kann, ja. Und dadurch, dass der Mensch kochen konnte, konnte er mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, vor allem Stärke. Deswegen haben wir Amylase-Gene im Mund, die dafür sorgen, dass wir Amylase-Enzyme im Mund haben, die die Kohlenhydrate halt vorbereiten, vorverdauern. Und deswegen, ne, das ist so ein Zeichen, ne, dafür, dass wir für Stärke gemacht sind. Stärke kocht man, ne, vor allem, weil die dann besser verdaulich ist und besser verfügbar für den Körper. Und da das Gehirn ja auf Glucose läuft, ne, und dem Körper mehr Glucose zur Verfügung stand, durch die Kohlenhydrate ist das Gehirn dann gewachsen, weil der Mensch mehr Kalorien zu sich nehmen konnte. Weil, ne, was kannst du mehr essen? Äh, gekochte Kartoffeln oder rohe Kartoffeln, ne. Das sind die gekocht natürlich, kannst du erheblich mehr zu dir nehmen. Von daher war die Erfindung des Feuers so extrem wichtig, ne, was eigentlich dann, ja, die ganze Rohkostgeschichte in Luft auflöst. Aber okay, soviel zu diesem Thema. Ähm, fangen wir einfach an mit der Wissenschaft. Hier, die große Gießener Rohkoststudie an der Uni Gießen. Wer hätte das gedacht? Eine zwei Jahre lang in Deutschland ausgeführte Studie an Rohköstlern. Nicht trauchende Personen zwischen 25 und 64 Jahren, die sich zu mindestens 70% rohköstlich ernährten. Auch noch so eine Sache, äh, die, ähm, waren noch nicht mal alle 100% Rohkost unterwegs, fixaufhol, 100% Rohkost. Ich glaube, äh, machen die allerwenigsten, ne, auch wenn Leute sagen, ja, ja, ich mach nur Rohkost, ne. Äh, das ist, ähm, naja, meine Meinung nach nicht sehr glaubwürdig, weil die werden schon ein bisschen, äh, ja, Sachen zu sich nehmen, die nicht rohköstlich sind, aber die werden es einfach niemandem erzählen, denke ich so persönlich. Und, äh, also, die sich zu mindestens 70% rohköstlich ernährten und diese Ernährung seit mindestens einem Jahr durchführten. Angefangen mit über 1000 Interessenten waren es am Ende nur noch 201. Ne, das liegt einfach daran, Leute haben die Fragebögen nicht zurückgeschickt, Leute sind nicht zur Blutabnahme gegangen, ne, oder irgendwelche anderen Probleme. Und so sind da immer weiter Leute rausgefallen. Und dann war es am Ende, hatte man am Ende tatsächlich nur Datensätze von 201, einer Person. 63 davon ernährten sich von 100% Rohkost. Äh, 60% tranken kein Alkohol, waren sportlich aktiv, sehr wenige Frauen nahmen die Pille. Und, äh, es wurde bedenklich viel Öl konsumiert. Sehr interessant, ganz genau das, was ich euch immer sage, ne, um irgendwie auch noch ein paar Kalorien doch noch reinzukriegen, äh, wird Öl konsumiert in der Rohkostszene im großen Stile zum Teil, wie hier sogar in der Wissenschaft, äh, gesagt wird, ne, dass sie bedenklich viel Öl, äh, zu sich genommen haben, um Kalorien reinzukriegen, weil Öl hat maximal viele Kalorien. Es gibt nichts, was so viele Kalorien hat wie, äh, Öl, ne, so keine Hot Dogs, keine Donuts mit Zuckerüberzug, mit Butter gefüllt, was auch immer, interessiert alles nicht, Öl hat mehr, ne, es hat die meisten Kalorien einfach, weil es 100% Reinfett ist, isoliertes Reinfett, und natürlich hochtoxisch ist, Öl ist absolutes Gift, ne, jedes Öl, Schwarzkümmelöl, Olivenöl, ne, ich habe da ungefähr 100 Videos drüber gedreht mit Wissenschaft, ne, nicht meine Meinung, meine Meinung hat überhaupt nichts zu interessieren, von daher in der Rohkostszene Öl, ne, die Rohkostöle und sowas, dann wird erzählt, ne, dann ist es einfach nur, ja, ihr wisst Bescheid, ne, zum Thema Öl. Äh, und dann die Ergebnisse, was ist rausgekommen? Äh, 57% der Studienteilnehmer hatten Untergewicht, 33% der Frauen unter 45 Jahren hatten keine Menstruation mehr, 43% der Männer und 15% der Frauen hatten Anämie, äh, ein schwerer Mangel an Calcium, Zink, Jod, Vitamin D und B12, jetzt werdet ihr sagen, ja, bei euch, du sagst auch, Calciummangel gibt es nicht, natürlich gibt es dann Calciummangel, wenn du zu wenig Kalorien isst, äh, wenn du 2000 Kalorien essen musst, aber nur 1000 isst, da hast du einen Mangel an einfach allem, dann kannst du einen Mangel kriegen an einfach allem, er gibt ja Sinn, dir fehlen 1000 Kalorien, also kannst du an allem, auch Proteinmangel, äh, hast du dann, ne, weil die fehlen 1000 Kalorien, äh, man könnte es weiterspinnen, um das noch besser zu verstehen, was wenn eine Person jetzt nur einen Apfel am Tag isst, kann sie dann Proteinmangel kriegen, das nicht existiert, Calciummangel, der nicht existiert, ja, natürlich, die isst ja nichts, außer einem Apfel, deswegen kriegt die alle Mängel, die man nur haben kann, die ist in der entwickelten Welt bei Menschen, die sich normal ernähren, einfach gar nicht gibt, diese Mängel, ne, wie zum Beispiel Proteinmangel, äh, Omega-3-Mangel, ja, ne, der neueste Scam, und Kalziummangel und so, ne, diese ganze Sache, es gibt wenig Kalzium, aber wenig Kalzium ist kein Kalziummangel, aber die hatten einen schweren Mangel, okay, an Kalzium, Zink, Jod, Vitamin D und Vitamin B12, sie hatten niedrige Magnesium, Eisen und Eisenspiegel, äh, das ist kein Problem, ich sehe kein Problem mit niedrig, ne, niedrig heißt nicht Mangel, weil, äh, niedrige Eisenspiegel sind zum Beispiel vorteilhaft, ja, niedrige Magnesiumspiegel, ja, komisch, wie man so etwas hinkriegt, ja, vor allem, wenn man, äh, ja, hauptsächlich Pflanzen isst, obwohl das hier in der Studie nicht der Fall war, du kannst ja auch Rohkost mit Tierprodukten machen, äh, aber auf jeden Fall, niedrige Magnesiumspiegel, ja, sollte man, äh, mehr Pflanzen essen. Von daher, das sind die Ergebnisse der Gießener Rohkoststudie, deswegen, ne, wusste ich natürlich schon lange, die ist ja schon, schon, die Studie war schon fertig, als ich noch nicht mal Veganer war, also, ne, Rohkost, habe ich einmal in die Wissenschaft irgendwann reingeguckt, vor zig Jahren, habe natürlich gesehen, dass das, ähm, nicht gesund ist, deswegen, ja, habe ich das natürlich nie gemacht. Und dann gehen wir weiter in der Wissenschaft, hier noch ein paar Extras, die ich aufführen wollte zur Rohkosternährung, äh, wir können hier sehen, wir wissen aus der Wissenschaft, dass Rohkost nicht vollständig verdaut wird, weil es einfach zu zäh ist, äh, daher nimmt man weniger Vitamine und Spurenelemente zu sich, als mit gegarter Kost und die unverdaulichen Bestandteile führen zu Blähungen. Da kann man ein ganz einfaches Beispiel machen, du nimmst eine Pfanne zum Beispiel, um das zu versinnbildlichen, und tust so 200 Gramm Spinat rein, na, so Spinatblätter, frische Spinatblätter, dann ist das so ein riesiger Berg. Und wenn du jetzt Wasser in die Pfanne tust, die Pfanne zumachst und Temperatur anmachst, ja, dann wird das ganz klein, ne, kennt ihr bestimmt, ne, hat hier ja schon mal von euch gemacht, deswegen, das liegt einfach daran, dass die Zellwände, ja, die Ballaststoffe, die, die Pflanzenfasern, die faserigen Stoffe, die werden aufgeweicht, ne, deswegen klappt das so in sich ein, ne, deswegen wird das so klein, auf einmal. Und das ist ganz genau der Punkt, ne, dieses kleiner werden ist, dass man die Zellwände aufbricht und weich macht und dann, äh, kommt man besser an die Nährstoffe dran. Das ist der Grund, warum man besser Gegartes zu sich nimmt, also etwas, das erhitzt wurde. Erhitzen ist besser, Erhitzen führt zu mehr Nährstoffen, es werden nur, äh, ganz bestimmte, Hitzeempfindliche, zum Beispiel Vitamine beeinträchtigt. Aber das war's auch und die werden auch nur zu einem geringen Teil beeinträchtigt. Natürlich, wenn du von der Rohkostseite kommst und dir anguckst, wie viel geht da kaputt, da wird da ganz viel stehen, naja, Vitamin C fast nicht mehr vorhanden und so, aber in Wirklichkeit ist der Verlust absolut minimal und, äh, wie wir aus der Wissenschaft wissen, wird, werden da Stoffe angereichert, sogar, weil die Zell, weil die Stoffe von einer Zelle umhüllt sind, ja, von der Pflanzenfaser und werden aufgeweicht und je weicher sie sind, umso besser kommt die Verdauung, also wenn es bei dir im Darm liegt, umso besser kommen deine Darmbakterien da dran, umso besser kommt es da raus, dieser Stoff, ne, deswegen ist Erhitzen so gut, deswegen hier in dieser Studie, ja, Rohkost wird nicht vollständig verdaut, weil es zu zäh ist, man nimmt weniger Vitamine und Spurenelemente zu sich, als mit gegarter Kost und die unverdaulichen Bestandteile führen zu Blähungen. Dann hier aus der Wissenschaft, Erhitzen führte in einem Versuch zu erheblicher Anreicherung von Beta-Carotin und Lutein, Rohrspinat hat, in rohem Spinat sind 80 Mikrogramm auf 100 Gramm Beta-Carotin verfügbar, in gekochtem Spinat 790 Mikrogramm, ne, also 80 roh, 790 erhitzt. Das passiert, wenn man die Zellwände aufweicht, ne, mehr Nährstoffe. Und dann, hier noch, aus diesem Buch, wurde hier auch gut gesagt, eine Fraßgifte zum Beispiel, die die Pflanzen schützen, vor Fraßfeinden, wie zum Beispiel Fasine und Glykoside, die wirklich schädlich für den menschlichen Körper sind, werden nur durch Erhitzen fast vollständig zerstört, keimen es weit weniger wirkungsvoll, um diese Fraßgifte zu mindern, deswegen kochen. Genauso wie bei Bohnen zum Beispiel, guckt mein Bohnen-Video, auch ganz wichtig, kannst du nicht roh essen, die sind giftig roh, ne, gekocht sind die, das vielleicht, ja, zweitgesündeste Nahrungsmittel der Welt, Bohnen. Das erste würde ich dann sagen, Grünkohl, das auch gesünder ist, wenn du es erhitzt, tatsächlich, oh ja, ich weiß nicht, habe ich das eigentlich, habe ich dazu ein Video gemacht, habe ich über Grünkohl ein Video gemacht, auf jeden Fall, konnte dort gezeigt werden, weil es auch so viel Beta-Carotin hat, dass tatsächlich Grünkohl, erhitzer Grünkohl, gesünder ist als roher Grünkohl, von daher, es ist, ja, so, wie ich schon immer gesagt habe, Rohkostleute, haltet euch fern von Rohkost, ihr werdet extreme Probleme damit haben, eure Kalorien reinzukriegen, man hat schon als Veganer, so schon, wenn man, vor allem, wenn man ein schlechter Esser ist, Probleme, seine Kalorien reinzukriegen, weil die ganzen Sachen so stopfen, und so faserig sind, weil Ballaststoffe ist ja das, eine der Hauptgründe, die sich satt machen, Ballaststoffe sind nur in Pflanzen drin, deswegen, wenn man auf vegan umstellt, knallt man sich immer den Bauch voll, dreimal am Tag, und hat dann irgendwie, 1500 Kalorien zu sich genommen, obwohl man 2000 verbraucht hat, und das kann ein Problem werden, deswegen, und dann auch noch, und das mit gekochter Kosten, dann auch noch, gehst du auf Rohkost, und dir fallen nochmal 500 Kalorien weg, und dann sitzt du da auf 1000 Kalorien, dann nimmst du noch die Öle raus, am besten, dann sitzt du da auf 800 Kalorien am Tag, und stopfst dich mit irgendwelchen Salaten voll, das wird monströs schief gehen, absolut, deswegen, immer, wie ich sage, wenn, bei Veganern, wenn es ein Problem gibt, an der veganen Ernährung, dann ist das, dass man unterisst, also zu wenig isst, zu wenig Kalorien, dann ist das einzige Problem, da muss man halt, darauf achten, dass man kalorienreich ist, ne, und komplett abrücken, von dem, was du dein ganzes Leben lang gelernt hast, über Kalorien, was hast du gelernt, du hast gelernt, immer Kalorien meiden, immer das Essen mit den wenigsten Kalorien, immer darauf achten, wo sind die wenigsten Kalorien drin, du hast hier zwei Produkte, irgendwas, was, was gleich ist, nur von zwei verschiedenen Herstellern, die irgendwie das verschieden, äh, zubereitet haben, das andere hat, das hat 300 Kalorien auf 100 Gramm, das hat 200, ich kaufe das mit 200, ne, man muss genau das Gegenteil machen, ne, als Veganer, hört sich gut an, weil du kannst unlimitiert essen, und kannst das essen, was viele Kalorien hat, was sich richtig sättigt, was ja wirklich Energie liefert, ne, also, jeder Nicht-Veganer kämpft jeden Tag darum, so wenig Kalorien wie möglich zu essen, und alle sind übergewichtig, in der veganen Ernährung ist das ganz genau andersrum, ne, du achtest darauf, so viele Kalorien wie möglich zu essen, damit du dein, äh, Gewicht halten kannst, dein sehr gutes Gewicht, BMI 20, so zum Beispiel, ne, auf dem ich mich halte, zum Beispiel, äh, und versuch's immer, ich guck auf zwei Produkte, und kaufe das, was mehr Kalorien hat immer, ne, ne, zum Beispiel Säfte, ich guck zwei Säfte, welch ich kaufe, diesen Saft, diesen Saft, wer hat mehr Kalorien, ne, welcher, welches Zuckerwasser hat mehr Kalorien, was kann ich trinken, was mir mehr Kalorien liefert, ne, und dann kaufe ich natürlich das mit den meisten Kalorien, ne, aber man muss immer auf den Fettgehalt achten, das ist das Ding, also, wenn du zwei Säfte hast, die halt, die haben ja kaum Fett, ne, 0,1 Gramm, auf 100 Milliliter zum Beispiel, dann nimmst du das, was mehr Kalorien hat, ne, dann hat das mehr Kohlenhydrate, von daher, ganz, ganz wichtig, ne, macht niemals Rohkost, Leute, Rohkost ist nicht gesund, da gibt's ziemlich üble Berichte von Rohköstlern, ne, die sich alles mögliche ruiniert haben, damit, und, ja, da braucht man nicht groß überlegen, wenn du beim Veganismus schon darauf achten musst, dass du genug Kalorien reinkriegst, warum würde man dann Rohkost machen, wo du nochmal 20, 30, 40 Prozent deiner Kalorien verlierst, ne, weil in der Roh ist es viel schwerer, Kalorien zu sich zu nehmen, das ist der Hauptpunkt überhaupt, warum man niemals Rohkost machen sollte, ja, und dann natürlich, um das zu kompensieren, nimmt man Öl in die Ernährung, ne, das ist, äh, ein absoluter Teufelskreislauf, in dem man dort rein stolpert, deswegen, auf keinen Fall Rohkost machen, Leute, auf keinen Fall, deswegen, aber könnt ihr natürlich machen, mir ist Hauptsache, ihr ernährt euch vegan, das ist das Einzige, was mich interessiert, ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr könnt eine Ölernährung machen, ist alles nicht mein Problem, ne, Hauptsache, ihr lasst die Tiere in Ruhe, äh, das ist der einzige Punkt, der mich interessiert, von daher, Leute, wenn ihr Rohkost Ernährung machen wollt, macht's weiter, ne, wenn ihr damit gut fahrt, und euch damit gut fühlt, und so, aber es ist nicht meine Empfehlung, da kann ich absolut nicht empfehlen, ich werde immer von Rohkost abraten, ich werde immer Veganismus, ja, Kochkost promoten, immer, weil ich einfach verstanden habe, mit den Kalorien, und das, mit der größten Errungenschaft, in der Geschichte der Menschheit, ne, ich hab's verstanden, deswegen, ist das ganz wichtig, von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, kommt gerne auf meinen Discord-Server, da könnt ihr mit mir darüber diskutieren, wenn ihr wollt, und, ähm, ihr könnt mich gerne unterstützen, bei meiner Arbeit, indem ihr Kanalmitglied werdet, und, äh, guckt ein weiteres Video von mir, Peace.